hallo hallo herzlich willkommen zurück zu rayman legends so wir müssen dieser welt etwas was machen was ich glaube ja die haben wir schon die haben wir schon freigeschaltet also müssen jetzt hierhin weitergehen wir sind in der wasserwelt was wasser und unterwasserwelt auf jeden fall wasserartiges welt dingens bums palästertiefe okay hier we go fall doch nicht runter ich bin gerade so ein bisschen ich gucke gerade wohin das ganze gehen soll oder wird scheinbar muss ich hier wahrscheinlich erstmal sachen besiegen bevor ich das tor kann so scheint das zumindest ich mach mal die glühbirne angebot ich glaube ein paar looms tun mir mal ganz gut kann ich glaube ich sehr sehr gut gebrauchen hier oben ist doch bestimmt einer oder nicht nicht doch tatsache aber wie komme ich dadurch wie komme ich denn dadurch wahrscheinlich auch erst wenn ich jetzt hier durchgegangen bin oder oder es ist es wird gerade so nach ich muss hier mehrere sachen freischalten bevor ich durch kann ich komme komme ich nicht durch komme ich halt nicht durch ist mir halt nicht möglich irgendwie durchzukommen okay dann schwimmen wir einfach mal weiter und schauen uns hier um muss ich bestimmt gleich immer ausschalten und dann den kompletten weg wieder zurück bestimmt holy macaroni da tatsache tatsache okay gut dann kann man jetzt doch noch wieder über den zurückgehen ich habe schon gedacht das muss ja so funktionieren anders geht es ja gar nicht entschuldig bitte äh ansonsten hätte der ganze level aufbau ja gar keinen sinn gemacht schnell durch schnell durch schnell durch schnell durch schwimmen 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 auch arschloch arschloch oh shit oh shit da habe ich zu fest das habe ich jetzt oben noch die ich weiß gar nicht was die münzen bringen aber ich will die jetzt mal mitnehmen zumindest die eine da die haben mir gegönnt und einfach durch boom oh shit konzentriere dich ricky da ist nicht gefangen wer denn fuck it die dag weg ob nice sonst habe ich doch gerade help me gehört oder wusste ich doch ich habe doch gerade gehört help me scheiße gehe da rein konzentriere dich link äh link genau link got to go fast link puh ich auch was ein bisschen aufmachen soll jetzt machen sie auf durch 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 bam sehr gut ich wusste doch ich habe doch in kleinlingen gehört habe ich gewusst ich will genau ich wollte nur das herz haben also nicht sofort verlieren würde das will supi wäre das doch man schon wieder nachher du hallo oh shit wie viel habe ich nicht verpasst hallo wir freuen wir mal alles und jeden was ich so rumläuft oder was ich so schnell sehe was er gesagt durch ach jetzt kann ich da oben lang ich musste jetzt sowieso ich muss da sowieso lang achte scheiße also kann ich da unter durch ich wollte ich wollte mal nachgucken ob ich da unten rein kann kann ich tatsache oh gott elektrofußball oder oder ist es ist das normale hat das ganze mal ha getroffen ok ich hatte ich hatte mir sowas schon gedacht ich hätte mir sowas tatsächlich schon gedacht herz durch 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 ok jetzt auf der anderen seite durch alles klar macht natürlich ich habe ich habe die lampe dann nicht mitgenommen ok wie hübsch 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 haben sie es hier da m m ja gut hier ist er nicht mehr so hübsch aber eben wasser hübsch rumors die hätte ich gerne og Hier ist bestimmt jetzt strom der 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 reaktor dem wir gott so viele bomben Pass hier bloß auf Lass dich nicht unnötig treffen Alles ist gut solange du wild bist Auf fag geht Gott nein und gott nein und gott nein und gott nein und gott nein ich hab zwar gerade herb darum gehört aber es ist mir Da oben gerade ein bisschen zu riskant Hier oben möchte ich mal durch Hallo Bäm Das lief doch es war gerade mehr Glück als verstanden dass ich da so gut durchgekommen bin Und dadurch oh 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 shit Speedrun Ach guck mal jetzt können wir hier in der Mitte 3 Okay jetzt gibst du mir jetzt ein boss oder Ich will ich für überrascht wenn ich Nicht Nicht Fucking laser Durch Ha So viel laser Ach du scheiße Oh gottes willen Nein Fuck Wie soll ich denn da durchkommen Wie soll ich denn da durchkommen Wie soll ich denn da durchkommen Ich kann einfach mal gucken Okay 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 durch 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 oh gott ja einfach mal warten Das ist ja so oft die lösung für alles Ah nein Scheiße Ich sag das Ich laufe einfach durch Genau wie hier Ich bin so ein idiot Wow Bin ich blöd Oh shit Oh shit Ich komme halt auch nicht mehr hoch Ich komme halt auch nicht mehr weg da Jetzt stehe ich hier an einer stelle Wahrscheinlich total pisse ist Und ich stelle mich einfach an wie der letzte Vollhorst Ja ich stelle mich einfach an wie der letzte vollhorst Okay guck mal sehr gut durchgekommen Aber wir haben es geschafft Nice Wir haben Gut wir haben zwei kleinen dingen übersehen aber okay Was willst du da machen Was willst du da machen Du kannst halt nicht viel dran tun So guck mal das ist doch ganz gut Das ist doch ganz gut Ja gut wir haben Aber was heißt Ganz gut wir haben nicht mal mehr glücksfluss bekommen Schade Na gut wir haben aber auch viel Viel einfach liegen lassen Links liegen lassen Ja Dann haben wir noch viel links liegen lassen Was will man da machen Ging halt nicht anders Kommst du her Kommst du Nächstes level nächstes glück So ähnlich Bam Lass mich durch Oh shit Oh shit Alles gut Okay wir sind gut durchgekommen Hier mal ganz was drucken Den möchte ich jetzt gerne noch befreien Weil der ist ja eigentlich schon fast geschenkt Wenn man dann Bisschen Aufpasst Shit Oh Das war knapp Einfach nur weil ich die Looms haben wollte Oh Murphy Murphy level Geil Da habe ich bock drauf jetzt Da habe ich ja jetzt richtig bock drauf Sure ich habe da nicht bock drauf Ich gehe doch mal da Ach so verstehe Er musste also einmal rumlaufen Man kann halt echt nicht erkennen Nice Sehr gut Ich Ich Diese Mal Wir sind aber auch Extrem scheiße Na gucke mal Haben sie gedacht Ich sehe das nicht Sehr Komm Jawoll ja Guck mal Bisher läuft das Murphy level Trotzdem Obwohl es Murphy level ist Verdammt verdammt gut Ich hasse Murphy level Warum gibt es die Die sind doch scheiße Ach du scheiße Na gut Das muss ich Oh ne Äh So Ha Ja Das war dumm Ah Ich muss ja den Bildschirm Jetzt muss ich jetzt wieder mit dem Gamepad steuern Mit Gyrosensor Nice Was liebt man mehr als Gyrosensor Action Wahrscheinlich Alles Warum ist wieder ne Tür Warte mal So komme ich gar nicht rum Komm ich so rum Wieso komme ich da rum Ja Ja Na fuck Ja Komm ich mir rum Oh Gyrosensor Kacke Was sollen das Was soll denn das Hör doch mal auf damit Das wäre super Spring da rüber Und halt die Gosch Halt einfach die Fresse Blöder Afro Raymond Und jetzt Ach so Ach so Er kann durch die Röhren nicht durch Und ich kann das Ding Ach so Okay alles klar Jetzt habe ich es verstanden Ich habe ja Ich muss das Ding auf der Röhre Da bewegen Klar wenn ich dich da angehe Ist natürlich auch der Radiusgröße Macht Sinn Gut Hätte ich mir vor Überlegen alles können Das wäre Gar nicht mal so blöd gewesen Okay Ich glaube wir kriegen hier alle Kleinlinge Wenn das so weiterläuft Okay Okay Pisse Einfach Pisse Einfach Wo ist die Herausforderung Wo ist die Herausforderung Frage ich mich gerade Wo ist die Bring mir die Herausforderung Da ist hier wahrscheinlich jetzt Okay Okay Konzentration 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 Ah 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 Nein 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 Scheiße Fuck So Dahin Darüber Rüber Fucking Gyro Steuerung Man sieht vor allem Nicht mal mehr Auf dem Gamepad Wo man hinsteuert Man kann ja nicht mehr Ein Gamepad steuern Man muss jetzt wirklich Auf dem Bildschirm gucken Und nebenbei mit dem Gamepad Das lenken Das ist halt echt AIDS Da oben Na warte Ist halt echt Nicht schön Ist halt echt Keine schöne Steuerung Immer kommen Einfach nur Wir haben Gamepad Was machen wir damit Stopfen Mit das und das Rein Supi Nintendo Supi Achso hier Hier Shit Warum soll das auch funktionieren Ach ja ich mecker gar nicht mehr Das ist wer jetzt langweilig wenn ich immer nur meckern würde Scheiße Hier Ich habe mir da oben So jetzt gemütlich vernünftig weitergehen so vernünftig weiter Come on come on come on come on hoch 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 rüber 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 Geht durch Lass er bitte Dankeschön Also endlich das ziel ist Wir haben alle bis auf zwei kleinlinge Okay Es ist voll in ordnung Das ist voll in ordnung Gut mal neben vorne Das auch nicht Werde mal sein Das war es Denn Zumindest Wir lassen Immer Natürlich Laufen Auf jeden fall warst du für den part heute Ich hoffe Hat euch gefallen Bis zum nächsten mal Tschö Tschö